Ja, herzlich willkommen hier bei Lodl Gaming, Montag 14.03., eine neue Woche bricht an, morgens um 6.00 Uhr heißt es damit aufstehen für uns. Ja, ich habe ausgeschlafen. Halt die Wäsche hier draußen waschen. Ja, wer macht die immer spitzig, das frage ich mich auch. Ja, der Kundenstand, der sieht ja wirklich hervorragend aus, darauf kann man es wirklich ausholen. Jetzt gucken wir mal, was geht hier so noch ab. Oh, Pritsche, haben wir das Fahrzeug da, das ist gut. Dann können wir den Auftrag hier fertig machen, bis wir in den Flug fahren. LKW 10 ist auch einer der LKWs, der ziemlich im Eimer ist, aber wir können uns nicht erlauben, den jetzt hier einfach... in der Watteschleife zu lassen. Und wir haben hier noch einen dringenden Auftrag im Bereich Container. Machen wir mit dem Gespann. Wir fahren da ganz entspannt beim Pilsen rüber. Das passt uns ganz gut. Und bevor wir jetzt hier noch groß weitermachen, erster Blick zum Mechaniker. Was ist da los? Das Auto wird um 8 Uhr fertig sein. Hervorragend. Gut. Tieflader, Kühl, Pritsche habe ich noch vorrätig. Kühl, Pritsche könnte ich einen rausfahren. Nach oben? Ja, warum denn das? Ja, okay. Deswegen. Ich habe einen großen da. Nee. Dann... Container wäre noch eine Lösung. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier im Fuhrpark rumsteht. Ach, Fuhrpark sag ich schon. Ah, ja. Da war Pritsche kaum an. Oh. Oh. Naja, dann ist das so. Jetzt haben wir wieder Haufenweise LKWs. Hey, 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 hey. Okay, mach nicht lang rum. Hier schicken wir gleich mal einen Zattelzug raus. Der erste. Oh, fuck. Ja, schlecht. Nein. Nein. Ah, ich kriege es gerade jetzt zusammen. Neuer Ansatz. Ja. Information. Der LKW 1 bleibt. Der LKW 2 nehmen wir. Ja, den Aufdruck will ich machen. Oh, mit dem Pünschenwagen geht es auch hervorragend. Dann machen wir das so. Abfahren. Versenden. Versenden. Ja. Und. Dann hoffe ich, dass es mir gelingt. Ja, hier 50-fach dann einfach Pilsen. Container. Gewinn 2. Das können wir machen. Vogeln. Abfahren. Versenden. Gut. Das schaut doch schon ganz gut aus. Kurz. Kurzer Blick noch in die Logistik. LKW 1. LKW 2. Klar. 3. 5. 6. Oh Gott. Ja. Das ist, wie erwartet. Gewinn und Verlustechnung. Wir machen fast 400.000 plus. Die Blatt sagt 1,2 Millionen. So gefällt mir das. Gut. Etlang stacken. Ab ins Büro. Aufträge holen. Wir haben einen Haufen Fahrzeuge rumstehen. Die müssen Geld verdienen. Wir haben noch zwei Wochen. Indem sich noch etwas bewegen muss. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. So, da müssen wir ein bisschen schauen. Nein. Nach Lindau fahren wir nicht den Container. Nach Augsburg geht. München. Lassen wir mal. Pilz. Schüffel. Ähnlich mit. Rechnungen schauen wir mal am Abend an. Beziehungsweise macht es Sinn jetzt noch ein paar Rechnungen zu registrieren. Bis 0 Uhr. So. Und dann gehen wir wieder in den Infopark. So. Zwei Minuten dauert eine Rechnung. Das heißt, wir kriegen jetzt noch zwei Rechnungen hin. So. So. Schon haben wir neun Uhr. Aha. Tieflader. Gut. Machen wir. Kühlen nehme ich mit. Britsche. Am 17. Nürnberg. Ja. Nach Augsburg. Das geht. Ja. So. Wir registrieren. Und dann in den Infopark. Beziehungsweise ich gehe zuerst zum Hafen und dann zur Bahn. Bringe ein paar Aufträge weg und dann mache ich das Ganze im Infopark. Ja. So. Schiffladerfracht. Nein. Container noch besser. Passt. Das Schiff wird gebucht. Ja. Wunderbar. Zino ist jetzt eine LKW fertig geworden. Ich bin gespannt, was wir jetzt dann machen. reparieren. Oh. Nur eine. Passt. Schön. Wir haben jetzt elf Uhr rum. Gucken wir mal. Wer. Ja. Mit was sich unser Mechaniker rumschlägt. Schwierend. Aber gut. Und bringt jetzt einen Haufen kleine LKWs. Oder einen Haufen Kleinschäden weg. Boah. Haufen Schäden. Wir versenden. So. Am 15. Da geht's los. Puh. Der muss jetzt erstmal die LKWs anschauen. Der LKW 1 hat 95.000 Kilometer. Der ist gesperrt. Den verwenden wir jetzt erstmal nicht. halbiert. Das muss doch da zu sein. Ja. So. Der nächste, der wir hier stehen haben. Der hat asthahe Numero. Dann haben wir ein 81.000, dann haben wir ein 61.000, der ist aber noch ganz gut vorbei. Dann habe ich ein 74.000 oder 1.000, das ist der 5.000, der ist auch gesperrt. Das ist das Führer, aber... Der LKW 4 ist ein Sattelzug, der hat 88.961 Kilometer, der will eigentlich sein. Ups. Der ist voll einsatzfähig. So, was habe ich da? Der ist auch einsatzfähig, da kann man keine Glauben machen. Okay, tun wir nicht lang rum, 1.15 intern zur Sperre. Dann fahren wir jetzt ein paar Aufträge zurück. So schön. So schön. So schön. So, ab 15. So schön. 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 Ui, 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 so, schauen wir mal, kühle Aufträge, das geht. Das geht, das geht, ja, nein, Schieffladeraufträge, wir gehen gerade durch, was ist denn da los? So, 13 Uhr, holen wir neue Aufträge ab. Ah, das ist ein Tieflader, passt. Gut. So, dann der Tiefladerauftrag. Jawoll, der Kost ernehmt und erregeln gleich mal. Kühlung-Pitsche habe ich noch da, Kühlung-Pitsche habe ich sogar ein bisschen was. Kann ich den verdünkt machen? Nein. Aber den kann ich verdünkt machen. Kühlung-Pitsche habe ich noch da, Kühlung-Pitsche habe ich noch die Hände. Das geht, ja, das wird. Kühlung-Pitsche habe ich noch da, Kühlung-Pitsche habe ich noch das, was ist denn da. dann mal fix zum bahnhof gedüst dass wir mit der bahn noch ein bisschen was bewerkstelligen ja, das ist doch mal okay ja, das ist doch mal okay Zwei Aufträge haben wir gleich abgegeben. Dann können wir gleich wieder in den Fuhrpark wechseln. Eben wir die 16 Uhr Aufträge abgreifen. Schön, so geht sich das doch aus. So, Bridge und Container haben wir da. Und schön, die 10 Frachteinheiten erholen. Super. Oberrad, Hänger ab. Aber nicht, wenn wir das Heimatleicht abfahren. Ja, doch, machen wir so. Gut. 18 Frachteinheiten. Perfekt. Da will man nicht abfahren. Was denn, auch der Auftrag ist angelegt. Bridge habe ich jetzt noch einen da. Ich weiß nicht, dass er keine Aufträge mehr da ist. Kann ich den einen Container-Auftrag abgeben? Nein. So, es ist 16 Uhr. Aha, Container, 27 Frachteinheiten ist da. Das erfreut mich. 16 Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. Ja. Da müssen wir rein. 3, 2. Fast. Fast. Wir wissen, was er gebraucht ist. Passt. 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 Wuhu. Und Kühl. Hab ich die Großen, Alter. Ich hab... Fahr ich einmal. Not. Aufträge. Die 16 und 17 Uhr Aufträge nehmen wir mit. Und dann gucken wir auch mal im Zwischenstand, was die Prämie ausmacht gerade. Ja, jetzt haben wir wieder Tiefladeaufträge. Nehmen wir mit. Geht. 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 Um 15. Das mach ich nicht. Das machen wir. 18 Uhr. Wir holen uns neue Aufträge. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann wird gefaxt. So. Genau. Und dann geht's. Ja. 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 So, jetzt geht's aber ab hier. Tieflader, was muss bis morgen raus? 15, 15. Ja, auf da ran nehmen. Mit den ersten Händen wird er hier gehen. Der zweite Händen wird erledigt. Der zweite Händen wird erledigt. Der zweite Händen wird erledigt. Gut. So, jetzt haben wir Luft. Der zweite Händen wird erledigt. Der zweite Händen wird erledigt. Ja, das schaut doch jetzt ganz gut aus. Jetzt kommen wir doch langsam wieder in den Komfortbereich. So. 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 Bevor ich jetzt da was verschicke, gehen wir erst einmal zur Eisenbahn und zum Hafen. So. 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 Die kann man auch abgeben. Super Sache. Schön. Was habe ich jetzt da? Container Brötchen. Jawohl. Das passt. Der fährt los. Wunderbar. Da habe ich Pritsche eigentlich super runtergearbeitet. Genauso wie wir das wollten. Ja, jetzt haben wir noch zwei Kontille-Fahrzeuge. Die kann man reformieren. Die kann man reformieren. 15. Das machen wir noch mal. So. Da habe ich den Zettel aufliegen. Mit 27-fach. Dann hat den Container noch vorliegen. Ja. 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 Was habe ich im Tieflader hier. 58 und 54. Gut. Und jetzt gibt es den Index Feierabend. Den haben wir uns verdient. Endlich mal wieder 130 Minuten zu geben. Freut mich. Ja, wohl nicht ganz. Aber fast so. Na, was sagt die Familie zu mir? Guten Abend, ja. Schon wieder will ich Geld. Ich flippe aus. Na ja, dann. Danke fürs Zugucken. Schaut wieder rein. Hier bei Lottet Gaming und der Planer 1. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.